ja welche aufgaben jetzt noch schläfer machen was müssen wir denn da machen keine ahnung 6 hauses müssen jetzt nach wie dann würde ich sagen wir machen jetzt die intervention und da die tempel ist wäre jetzt ein schnellerer weg über die mage gilde was wir haben gegen einen docker kämpft was willst du von uns ich hätte es nicht übertreiben dürfen ich hab hättest du nicht so reisen nach wie weg mit vergnügen bitte sprecht nur ich weiß nicht wo ich anfangen soll so schlag lager müssen wir ja auch noch ich habe euch erwartet wir haben etwas miteinander zu besprechen wichtige geschäfts ich will mal was was haben wir da schon alles wir wissen nichts bestimmtes aber einige ist doch die bäscher da ist das pläne hinzugefügt nicht tagebuch aktualisiert so komisch ich mache mal eben noch mal kurz rückkehr geht nicht ich kann hier nur warten okay ich trinke kurz einen trank äh man kann hier feste die fünf punkte ja komm das sollte willenskraft und schnelligkeit ist reduziert aber das sollte reichen so weg mit dir das ist ja das arbeitszimmer ich wollte eigentlich wieder äh äh dort rein äh zum eingang ob dann vielleicht das tagebuch aktualisiert wird an so da passt perfekt so wir gehen da jetzt wieder runter nur zum eingang in den eingangsbereich wenn er jetzt ganz runter fällt lasse ich ihn ja ich lasse ihn was nein hält unsere limitation nicht allzu lange das wäre schade jetzt sind wir zumindest oben so mal sehen ob wir da dran vorbei können an den gegnern hier so plötzlich die piste stimme sind weg ist alles weg alles normal wir können alles sehen wir haben es geschafft toller grafik back also wir sind jetzt hier jetzt gehe ich wieder raus da ist es alles okay und kein kein tagebuch aktualisiert ich gehe noch mal ganz runter ich hätte mich vielleicht nicht raus teleportieren dürfen aber ich nehme ich war jetzt erst mal doch schnelligkeit habe ich noch nicht oder oder wieder herstellen nein schnelligkeit wieder herstellen habe ich noch nicht aber willenskraft wieder herstellen ja gut also schnelligkeit fehlt noch ähm die habe ich auch noch die müsste eigentlich auch noch weg äh so was haben wir noch genau ich wollte reden der kajit jetzt geschicklichkeit ist auch egal ich gehe jetzt noch mal komplett runter ich gehe jetzt noch mal komplett runter so und dann müsste dann eigentlich hoffentlich unser tagebuch aktualisiert werden irgendwie will ich noch einige leichen aha ihr tragt nicht länger die last der prophezeiung ihr habt euer schicksal erfüllt ihr seid frei die verfluchte torheit der tweemer Fürst Dagots Versuchung die Versuchung des Tribunals das Herz Gottes ist befreit die prophezeiung erfüllt alles Schicksal versiegelt und die Sünden gebüßt wenn ihr Mitleid habt so beklagt die Verlorenen aber lasst das Weglagen schnell verstummen die Pest ist fort und der Sonne goldener Honig durchflutet das Land heil den Erlösern Portator und Milvarine die Menschen suchen euren Schutz Monster und Bösewichte groß wie klein bedrohen die Bewohner von Wadenfell immer noch Feinde und Böses in unermesslicher Zahl und doch wird unbeugsamer Wille Morrowind von all seinen Krankheiten heilen euch sei unser Dank und Segen unser Geschenk und Zeichen sei gegeben kommt nehmt dieses aus der Hand des Gottes verbrechen aus an cow Amen. 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 Ihr scheint mir gute Gesellschaft zu sein. Amen. 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 Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es ist solch eine Ehre, euch zu sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Wo wollt ihr hin? Ich grüße euch Es ist mir eine Ehre Gut Freund, eine Ehre das ist Ich grüße euch Ich grüße dich Willkommen Ich grüße euch Ich grüße euch Ich grüße euch